Wir wollen den Güterverkehr auf der Schiene sicherer, effizienter und wirtschaftlicher gestalten. Das Projekt Autoshunting hat sich zum Ziel gesetzt, die Verschubprozesse zukunftsfit zu machen, zu automatisieren und der Digitalisierung und den Möglichkeiten der heutigen Sensorik anzupassen. Im Projekt arbeiten wissenschaftliche Partner, nämlich die Fachhochschule Oberösterreich, das AIT in Wien und die FH St. Pölten zusammen mit den ÖBB Unternehmen, ÖBB Infrastruktur, ÖBB Produktion und Rail Cargo Austria. Damit ein Verschubbetrieb vollautomatisch funktionieren kann, benötigt die Lok der Zukunft entsprechende Sensorik, um Hindernisse und Signale zu erkennen. Diese Sensorik haben wir entwickelt und testen sie in realer Umgebung im Verschiebebahnhof. Autoshunting hat im Wesentlichen zwei Schwerpunkte. Das eine sind die Untersuchung von Prozessen, wie der Verschub weiterentwickelt werden kann und das zweite ist, wie kann der Verschub vollautomatisch ablaufen und zwar zu einerseits im Verschiebebahnhof und beim Verschub in der Fläche, also das Beistellen von von Grunz zu automatisieren mit reduziertem Personalaufwand. Damit das Ganze sicherer und effizienter wird. Die Förderung durch das Bundesministerium für Klimaschutz ist ein wichtiger Impuls, um diese Technologie in die Praxis zu bekommen. Das Projekt Autoshunting fördert die Digitalisierung der Bahnen und leistet einen wichtigen Beitrag für das schwierige Thema Verschub. Wir wollen mit der Stärkung des Einzelwagenverkehrs mehr Güter auf die Schiene bekommen. Dann Hope Grill Merci! Untertitelung des ZDF, 2020